Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bella Italia. Heute sind wir in Sizilien und die Jungs sind auch dabei. Hallo. Die Jungs. Die Jungs. Hi. Hi. Na ihr? Na. Seid ihr bereit hier für Venedig? Ich bin bereit. Venedig. Ich bin nicht bereit für Venedig. Ne, nur nicht. Niemand ist bereit für Venedig. Ne, wir hatten gerade das Gespräch gehabt, ob wir danach vielleicht eventuell Venedig aufnehmen. Das hatte ich gerade im Kopf gehabt. Ja, Sizilien, wir bauen ein weiteres Gebäude. Ist auch in Italien, passt schon. Ja, danke. Ja, was machen wir denn? Ja, genau. Wir haben hier wieder meine kaputten Wände. Das ist das nächste Gebäude, was damit zugeschmiert worden ist. Die sind Custom, ne? Die sind Custom, ja. Oh, Custom. Das sind auch Haufen Teile. Custom. Oh, Custom. Oh, Custom. Würde dem ich aber jetzt sagen. Ja. Und wir bauen aber nicht nur das, wir bauen ja nicht nur das, wir bauen auch die ganze Brücke da. Oha. Ja, das ist heute, der Part ist, mach Augen auf. Links, links, da. Diese riesige Brücke. Oh, nee. Doch, nee. Keine Brücken. Oh, warum denn? Magst du keine Brücken? Ne, ich hasse Brücken. Wieso denn? Noch keine Ahnung, seit heute. Ah, okay. Ich dachte schon, dass irgendwas in der Kindheit passiert oder so. Weil ich es gebaut hab. Nee, nee, alles gut. Ja, nee. Was, ja, nee. Geht einfach in Ruhe. Ich werd gemobbt, Mama. Äh, ich brauch hier einen wunderschönen Briefkasten gleich. Ich bin richtig stolz auf den. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, ja. Guck hier. Ich freu mich richtig. Oh, Gott. Das ist ein Haus. Das ist kein Briefkasten. Ja, das kommt doch gleich noch. Ich hab's doch gleich wieder abgerissen. Oh, du hast dir das teilgenommen. Du warst aber mutig. Ich war richtig mutig, ne? Ja, aber ich war mich nicht getraut zu benutzen. Oh, hey. Ach, das ist für den Schlüsselwort, gell? Das kleine Ding. Da zieht kein Mensch nachher. Sollte, sollte. Sollte sein, ja. Aber am Ende ist dann doch das hier gefliegen. Dann ist das nämlich weggegangen und das so weggegangen. Ja, schön. Wundervoll. Das ist einfach die Kunst der Effizienz, ne? Wie kamst du auf die Idee? Wie kamst du in dem Moment auf die Idee? Das würde mich schon mehr interessieren. Warst du also einen Briefkasten zu bauen? Ja. Wo du, du hast... Weil's dazugehört, oder nicht, zum Haus. Aber es war doch, ja, schon klar. Aber jetzt gerade, wir bauen ja... Ja, ist okay. Komm. Ja, erzähl, ich beantwortete gerne. Da sprengt wahrscheinlich wieder den ganzen Rahmen vom Video, aber ist egal. Du musst doch den Moment gehabt haben, wo du dir gedacht hast, also während dem Bauen hast du gedacht... Oh, komm, Briefkosten jetzt hin. Ich baue jetzt einen Briefkosten. Richtig. Wie kamst du darauf? Hast du Post gekriegt zu dem Zeitpunkt? Nein. Da habe ich mit dem Rick telefoniert, da war die mich dabei. Und dann haben wir wieder zusammen gebaut. Das war wieder so ein Tag. Telefoniert habt ihr? Ja. Bei Discord. Telefonieren. Ah. Es ist halt so, wie es immer ist, wenn ich mitrede, dann kommt wieder irgendein Scheiß dabei rum. Da kam dann halt wieder irgendein Scheiß und wir denken dann immer so an Details und dann kam dann auf irgendeiner Briefkasten an. Ja, weil die anderen Gebäude haben ja keinen Briefkasten. Das ist richtig. Nur das. Das wollte ich ja nur wissen. Das heißt, das ist unsere Poststelle eigentlich. Also jeder Brief, der irgendwie in unserem Park geht, wird an dieses Haus geliefert, weil es der einzige Briefkasten ist, den wir haben. Ja. Also ist das Verwaltungsgebäude. Nee, das ist aber hinten in der Wechsel. Aber es ist auch kein Briefkasten. Ja, dann brauche ich da halt noch einen Briefkasten hin. Ist doch kein Problem. Ja, bitte. Ja, also wenn man schon klar, ja, dann mache ich, ja, dann muss ich mir in den Park gehen. Ich habe ja gerade was bekommen. Ja, muss ich den erstmal jetzt nochmal fertig machen. Dann muss man Gas geben jetzt. Ich habe den seit einem Tag oder so. Ja, reicht doch schon. Ja, dir reicht das, weiß ich. Ich baue in einem Tag ein Chaos. Ja. In einer Folge baust du nur ein Dach. Ja, ein Dach. Ein Dach nur. Wir sprechen von einem Dach. Da brauchst du eine ganze Folge für. Ja. Ja. Das ist unverschämt. Unverschämt. Ich habe auch eben nochmal rausgefunden, als ich mit dem Tag nochmal in den Park war, dass teilweise da Gebäude drinstehen, die einfach allein so groß sind wie ganze Bereiche. Dann ist es auch legitim, wenn ich für ein... Das, das... Ich finde es dann einfach nur legitim, dass ich auch eine Folge lang ein Dach baue. Ja. Also der Reg hat ein Gebäude gemacht, das es genauso viele Teile hat wie ganze Sardinien. Ja. Ja. Und das ist ein... Also ein Haus. Ja gut, aber der hat ja auch nur kleine Teile benutzt. Ja. Kommt jetzt die Brücke? Jetzt kommt jetzt die Brücke. Ah, okay. Ich gehe mal gerade auf Toilette. Ja. Geht doch. Nee, ich bin... Da war ich ja noch dabei. Da war ich doch dabei. Wo du es gebaut hast? Nee, nee. Da war ich nicht dabei. Du hattest... Nee, ich habe... Und ich hatte... Genau, du hast bei uns in der Gruppe geschrieben, äh, hier, was haltet ihr von der Brücke? Und dann fanden wir... Und dann haben wir doch gesagt, von wegen, oh geil. Und dann, keine Ahnung, eine Stunde später stand die. Hast du doch nochmal ein Bild geschickt. Ich habe nämlich... Ich habe den Reg nämlich gefragt, hier... Ich will eine Brücke bauen, meistens so eine alte oder eher so eine moderne. Und dann hat er mir einfach das Bild geschickt und die steht irgendwo in echt genauso, wie sie da ist. Ja, also ich habe ja... Du warst halt viel zu schnell. Du hast halt gefragt nach einer Brücke und habe ich dir dieses Bild geschickt, weil ich dachte, hier sieht ja ganz nett aus, die Brücke. Und dann habe ich noch ein bisschen weiter gesucht und habe eine gefunden, wo ich dachte, ja, die passt eigentlich noch besser in unseren Park. Die ist ein bisschen altmodischer. Und dann wollte ich dir die schicken und da war die halt schon fertig. Das ist jetzt halt die geworden. Ich finde es aber sehr schön, dass das altmoderne finde ich eigentlich sehr schön. Ja, man sieht es halt vom Parkeingang her, sieht man halt die Brücke. Also die stichen schon sehr stark heraus, aber die steht halt auch gut da, frei. Also da ist ja nichts davor und Sonstiges, wie jetzt zum Beispiel die Kathedrale von Pisa oder in Rom, das Kolosseum. Das eine ist der wenigen Gebäude, was frei steht. Bereiche oder unser Bahnhof, der auch einiges verdeckt. Ja, der verdeckt viel, ja. Venedig ist quasi gar nicht zu sehen, egal wie man sich dreht. Venedig sieht man einfach nicht. Man muss wissen, dass es da ist. Aber ich finde die Brücke ist trotzdem super cool. Ja, absolut. Also es ist echt super geworden. Ja, mir gefällt es auch sehr. Als das Ding eine Stunde spätete, da sagte ich auch, hey, jo, alles klar. Ich war halt noch am Suchen, was man noch so machen könnte, dann war das Ding halt einfach schon fertig. Ja, echt lustig. Ja, mir gefällt es wirklich sehr. Ja, ist dir echt gelungen. Da habe ich auch diese Custom Laternen noch gebaut, aber die ist ja mittlerweile dann auch verschwunden, weil die dann doch irgendwie ein bisschen zu spacig aussah. Ich weiß auch schon gar nicht, welche du meinst. Ich wusste gar nicht, dass diese Brücke so abgerundet ist. Nee, ist mir auch so nicht einfach aufgefallen. Hä? Ja, war noch ein bisschen viel Feintuning da, aber es hat dann gepasst am Ende. Faszinierend. Ach so, da passt die noch an. Ja, okay. Jetzt kommen die Laternen, oder was? Ah, nee, die streben. Nee, nee, jetzt kommen die streben rein. Du musst ja irgendwie halten, das Ganze. Backen die Lunterrichter durch? Anfangs schon, aber jetzt durch die Sperre nicht mehr. Ah, okay. Die sind aber trotzdem, teilweise trotzdem durchgepackt. Ich habe, glaube ich, die roten Bänder, nee, gar nicht. Ich habe, glaube ich, die Bordsteine genommen. Ich bin mir nicht sicher. Ich komme mit diesen Bordsteinen nicht klar. Wenn ich die Bordsteine setze, weil die so schön klein sind, ne? Wenn ich die setze, packen die trotzdem durch. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wenn ich die Bänder nehme, diese Absperrbänder, nicht. Ich glaube ... Das ist interessant. Ich hatte das Problem ja auch mit Venedig, als ich diese Eisdiele gebaut habe. Ich glaube, dass diese Absperrbänder, die Besucher davon abhalten, irgendwo langzulaufen, zu einer hundertprozentigen Wahrscheinlichkeit. Und dass diese Absperrbordsteindinger da, dass die nur versuchen, das zu vermeiden, aber wenn sie keinen anderen Weg finden, trotzdem überlaufen. Ja, das ist eine gute Theorie, ja. Die ist gut. Ich bin mir aber auch nicht so ganz sicher. Ich versuche meistens einfach, diese Absperrbänder zu nehmen, weil die eigentlich immer funktionieren. Ja, ja, ja. Ne, die habe ich ja dann auch genommen, weil ich habe ja in Pisa einen Bereich mit Essensständen. Mhm. Da habe ich die Bordsteine genommen und da habe ich mir gedacht, boah, das kann ja nicht sein. Und dann bist du alles am hoch, runter, dies und jenes und hier und da noch. Bist ja bald eine halbe Stunde dran, nur wegen diesem blöden Bordstein. Und dann musst du halt noch warten, dass irgendein Typ kommt, der dann mal da durchgeht. Ja. Ja. Dann hauen dir die Mitarbeiter ab, weil du die nicht ordentlich bezahlst, ne? Zu Recht. Aber, ja, und da musst du wieder neue Mitarbeiter einstellen. Ach, das hat, ne. Und dann habe ich mir gedacht, ich probiere es jetzt mal mit den Bändern, ob das genau so ist. Zack. Nix. Gar nichts. Die laufen genau so lang, wie ich das haben will. Ja, jetzt stell dir mal vor, du bist da im Etagen und hast so eine Oper gebaut, die einfach mehrere Etagen hat. Und dann musst du nicht nur darauf achten, dass die Leute überhaupt durchlaufen, sondern auch auf mehreren Ebenen. Ja. Ja, das war ein Krampf. Deswegen hast du ja gesagt, stell dir mal vor. Ja. Ne, die Brücke ist echt genial, ey. Mh. Um nochmal zur Brücke zu kommen. Ist doch echt cool, dass die sich so im Wasser spiegelt, dass die so ein gesamtes Bild damit abgibt. Ja, ja. Gut, drehst du, schraubst du die Grafik runter, siehst du sie auch nicht mehr im Wasser, aber... Ist auch so schön. Ja, stimmt. Die ist echt toll geworden. Ja. Ich bin echt gespannt, wie der Park am Ende... ...so von der Performance her ist. Ich bin so gestorben. Im Moment geht's ja tatsächlich, muss ich sagen. Ich frag mich, wie. Ja, ich frag mich auch, wie das funktioniert, aber... Ja, es funktioniert. Das ist krass, ne? Das ist krass. Wobei, ich... So, das ist jetzt meine Custom-Laternen. Die hab ich ja dann wieder rausgelöscht. Oh, custom. Die sahen so abgespaced aus, ja. Custom! Ja, ich weiß, was du meinst. Ey, guck mal, die haben wir gar nicht gesehen, Rick. Die haben wir gar nicht gesehen. Die hat er nochmal geändert und dann die normalen Laternen genommen. Ich hab die normalen Laternen dann reingemacht, ja. Genau. Ja, die sind sehr futuristisch, aber die haben was. Das ist irgendwie cool. Ja, irgendwas hat's... Also für den Space-Bereich könnte ich mir die gut vorstellen. Hat was. Ja, bei uns ist halt gar nichts Modernes, ne? Ja, ich weiß, was Uplins mal behalten soll, ne? Ja, kriegst du schnell wieder gebaut. Das ist ja jetzt nicht die Welt. Ja, das war jetzt nicht die Welt, ja. Das sind ja nur, was sind das? Sechs Teile oder so? Trotz war cool, ja. Kannst du so eine Workshop stellen. Ja. Apropos Workshop, ne? Also die Projektionsbrücke auf jeden Fall. Ein paar Sachen aus Bella Italia könnt ihr euch da auch gerne angucken. Und liken, favorisieren natürlich. Sehr gerne. Ja. Ja, wir laden da wieder hoch. Ja, wir sind fleißig. Auf die Steam. Aber in der Videobeschreibung ist alles verlinkt. Da könnt ihr gerne reinschauen. Und beleuchtet wird sie jetzt auch noch. Ja, das sieht schon toll aus, ja. Aber jetzt, wo du es sagst, mit den Filmen... Spoiler ich? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wie? Spoiler? Wieso Spoiler? Weil ich gerade so in den Park reingekomme. Es war ein Glück, dass du das Licht beim Dunkeln gemacht hast, ne? Das sieht bei eh nix aus. In dem Zeitpunkt stand Pisa noch nicht, also nein. Ja. Pisa sieht schon ganz anders aus mittlerweile. Ja, stimmt schon. Letzten Tagen hast du viel getan. Ja, Wochen. Wochen, ja. Da kam ja noch da Vinci dazu. Mhm. Ne, aber hier mit den Lampen, das gefällt mir am Ende doch nicht, dass es so viele sind. Naja, das ist das... Ich hab's doch noch mal besser. Also, wie es jetzt aussieht, ist es definitiv besser. Absolut. Absolut. Ich glaube auch. Absolut, absolut. War die richtige Entscheidung. Ja, denke ich auch. So, äh, das war's auch schon wieder. Ja, war eine schöne Folge. Ja, fand ich auch. Auch wenn's so ein Purken ging, auf jeden Fall. Aber war schön. Ja, ich hab in ganzen Folge nur eine Purke gebaut, Mensch. Wie kannst du nur? Schlimm sowas. Ja, äh, dann vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. In Adolf Rüche. Mach's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.